Trifft die Kugel optimal. Keine Abwehrmöglichkeit für Robert Alma im Austria Tour. Hier entscheidendster Fehler von Keat. Schwab wollte das genauso, trifft den Ball und rapid führt mit 3 zu 0. Und spätestens jetzt ist die Stimmung bei den Austria Fans hier in der Generali Arena im Keller. Vielen Dank.